Servus, grüßt euch. Ja, habt ihr mich gerade wieder voll erwischt. Ich habe wieder ein neues Gerät hier bei mir stehen. Ja, und zwar habe ich getauscht. Ich habe meinen Lenko-Plattenspieler, meinen Holzplattenspieler von 1975 eingetauscht. Und zwar gegen dieses Gerät. Und ich hoffe mal, es war kein schlechter Tausch, weil der Lenko ist einige Zeit bei eBay Kleinanzeigen drin gestanden. Den wollte keiner haben. Ich habe ihn eigentlich zu einem relativ günstigen Preis angeboten, aber wollte ihn wirklich keiner haben. Er hat keine Anfrage gekommen. Ja, hilft nichts. Und dann hat mich ein sehr netter Bekannter angeschrieben. Er hat gesagt, ich habe den bei eBay Kleinanzeigen gesehen. Wie wäre es denn, wenn wir den tauschen würden? Ich habe hier ein tolles Gerät und das habe ich jetzt hier stehen. Ein JVC QLF4 Vollautomatik-Plattenspieler. Ein direkt getriebenes Gerät. Wieder mal in meinem Bastelkeller. Wie ihr merkt, ich komme langsam weg von den Riemen getriebenen Drehern, so wie der Golden 11 da hinten. Ja, die sind einfach ein bisschen stabiler vom Lauf und man hat eigentlich fast keine Ersatzteilkosten. Wobei ich noch nicht sagen kann, was mich bei diesem Gerät hier erwartet, weil ich habe ihn eigentlich noch nicht so großartig getestet. Ich war jetzt gerade eben dabei, dass ich den eben sauber mache und habe mir gedacht, das fülle ich doch für euch mit. Diesen kleinen Probelauf, was ich da immer so mache, damit ich checken kann, ob der Plattenspieler eigentlich noch funktioniert. Ja, der erste Blick, was man so sieht. Er hat viele verkromte Knöpfe hier mit dran. Einen schönen, geschwungenen Tonarm, allerdings keinen S-Tonarm, so wie wir ihn kennen von den Technik-Plattenspielern zum Beispiel, sondern einfach nur einen gekröpften Tonarm, der sich allerdings auch hoffentlich auch leicht noch justieren lässt. Vorne drauf wieder ein SME-Headshell mit einem Original JVC-Headshell vorne drauf. Und, was ich gesehen habe, das ich allerdings noch nicht getestet habe, ob das Ding noch funktioniert, sogar ein originales JVC-Z1-S-Tonsystem ist hier vorne drauf. Die Nadel sieht mir noch ziemlich in Ordnung aus, ich habe mir es unter der Lupe schon angeschaut. Das ist immer so ziemlich der erste Test, den ich mache. Und die Nadel wäre noch in Ordnung, das ist eine Saphir-Nadel, deswegen steht auch da ein S vorne dran. Hat natürlich nicht die Tonqualität, die jetzt eine elliptische Diamant-Nadel hat, aber wir werden sehen, beziehungsweise ich werde hören, ob er wirklich noch einen guten Sound hat. Ja, dran sind wirklich, wirklich stabile Original-Kabel hier, Original JVC-Ginge-Stecker sind hier noch dran und ein geschirmtes Kabel, was mich sehr freut. Das ist ein wirklich sehr, sehr stabiles Kabel. Und natürlich unsere Erdungsleitung. Und dann hat schon jemand rumgebastelt, der hat nämlich hier schon einen alten Bakelit-Schuko-Stecker dran gebastelt. Ja, das werde ich ihm natürlich noch austauschen, dieses Kabel, da kommt ein normaler Euro-Stecker dran, weil so ein, ja, so ein Mörder-Stecker will ich eigentlich nicht an seinem Gerät haben. Aber nichtsdestotrotz schauen wir jetzt erst einmal, ob überhaupt läuft. Deswegen stecken wir den nochmal an und schauen wir, was das gute Gerät jetzt eigentlich noch von sich gibt. Erstmal normaler Technik-Check, den ich immer mache. Also wie gesagt, Strom ist dran. Erstmal auf die 33er-Geschwindigkeit einstellen. Die kann man ja hier vorne wunderbar einstellen mit diesem Schalter. Gleich mal zu diesen Schaltern, die hier dran sind. Das sind jetzt keine Potentiometer, die hier dran sind, sondern das sind eben ganz normale Schalter, Mehrfachschalter und so weiter. Und die muss ich mir wahrscheinlich schon anschauen, weil die natürlich mit der Zeit schmutzig werden. Da sammelt sich der Staub innen drin und dann funktionieren die Teile nicht mehr richtig. Aber mit ein bisschen Kontaktspray ist sowas immer ganz leicht zum Beheben, solche Fehler. Aber jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt fahren wir erstmal den Tonarm nach oben. Das funktioniert schon mal sehr gut und dann lassen wir ihn wieder nach unten. Und wir sehen, der senkt sich sehr, sehr langsam ab. Das ist schon wieder ein großer Pluspunkt. Aber was ich dazu sagen wollte noch, ich kann euch an diesem Gerät endlich mal zeigen, wie wir hier dieses Dämpferöl auswechseln in so einem Plattenspieler, damit sich der Tonarm einfach wieder langsam absenkt. Und an dem Gerät kann man das wunderbar zeigen. Aber zu dem kommen wir, wie gesagt, später. Tonarm-Lüft funktioniert, das ist schon mal sehr gut. Die Mechanik hier drin funktioniert also. Und dann gehen wir mal rüber und schalten das Gerät mal ein. Und schauen uns mal an, ob auch diese Quarz-Regelung, die dieser Dreher hier verbaut hat, noch funktioniert. Er hat eben keine Pitch-Regelung. Man muss sich hier vollends auf diese Quarz-Regelung verlassen. Aber wie ich hier vorne sehe, diese Stroboskop-Anzeige, die steht hier wie eine 1 in der Mitte. Und jetzt gehen wir mal auf die 45. Und auch hier haben wir einen wunderbar stabilen Lauf. Und dann gehen wir wieder zurück auf die 33. Und da zieht er schon rum. Der gute JVC, da hat er schon ein Problem, dass er die 33 jetzt nicht mehr einschaltet. Jetzt ist er wieder zurückgegangen auf die 33. Also den Schalter muss ich auf alle Fälle mal öffnen, beziehungsweise reinigen mit Kontaktspray. Gut, das funktioniert. Dann schauen wir mal, ob die Endabschaltung im manuellen Modus funktioniert. Da gehen wir einfach da rüber bis zur Mitte des Plattentellers. Und er fährt schön sanft rüber. Und senkt hoffentlich den Tonarm ab. Das macht er auch einwandfrei. Und er schaltet sich auch wieder ab. Dann heben wir den Tonarm nochmal an. Und der nächste Test, den ich mache, ist natürlich die Automatik. Weil es ist ein vollautomatischer Plattenspieler. Und die werden wir jetzt mal testen. Und hier haben wir unten einen Hebel. Da steht Start und Reject. Reject ist im Prinzip der Stopp-Knopf, dass der Tonarm wieder zurückfährt. Betätigen wir den Start-Knopf. Tonarm ist wie gesagt manuell noch nach oben, weil ich noch keine Schallplatte drauf habe. Der fährt rüber und fährt auch, denke mal an die richtige Position und läuft ganz normal weiter. Sehr schön. Und auch die Reject-Funktion probieren wir natürlich. Ob dieser Hebel hier drin auch wirklich funktioniert, beziehungsweise diese Mechanik hier drin. Na wunderbar. Auch das funktioniert. Und jetzt testen wir natürlich noch die Anzeige hier vorne. Und zwar die Record Size, wie es hier steht. Das Gerät kommt ja aus Japan, deswegen steht hier alles auf Englisch drauf. Haben wir hier die 30 cm Anzeige, die 25 cm für die 10 Zoll Schallplatten. Und die 17 cm für die Single Schallplatten. Und das testen wir jetzt natürlich auch. Also 30 cm haben wir ja schon. Dann gehen wir auf die 25. Gehen wir hier mal auf Start. Dann sollte er eigentlich so ungefähr in die Mitte vom Plattenteller rüberfahren. Was er auch macht. Sehr schön. Dann schaltet man einfach manuell wieder ab. Und dann probieren wir natürlich noch die Single Größe. Gehen wir wieder auf Start. Also wie ihr seht, man kann ihn auch während dem Lauf manuell anhalten, diesen Plattenspieler. Und er geht auf die Single Größe. Wunderbar. Das Ganze werden wir natürlich später noch testen mit normalen Schallplatten. 10 Zoll habe ich leider keine hier. Aber ich habe zumindest Langspielplatten und auch Single Schallplatten hier bei mir. Deswegen können wir das auch hier austesten. Und er hat auch eine Repeat Funktion. So wie mein Technikplattenspieler, mein Q3 oben im Wohnzimmer. Und die Repeat Funktion werden wir jetzt natürlich auch ganz kurz anchecken. Wir gehen jetzt mal hier auf die 3 Wiederholungen. Und dann schaltet er sich automatisch ein. Und wir gehen hier auf Start. Jetzt habe ich natürlich Single Schallplatte eingestellt. Aber egal. Er geht rüber. Auf die Single. Wenn ich jetzt Stop drücke oder die Single zu Ende ist mit dem Spielen, dann sollte er eigentlich automatisch rüberfahren auf den Tonnamhalter. Und dann, wie durch Zauberhand, wiederum zur Single wandern. Und das macht er auch. Ich bin begeistert. Hier oben die Wiederholung geht auf eine Wiederholung zurück. Gut, dann können wir das auch wieder beenden, diesen Test. Dann können wir den Tonarm wieder runter senken. Ja, also alle Grundfunktionen sind auf alle Fälle schon mal gegeben. Das ist schon mal sehr gut. Als nächstes schauen wir noch kurz unter die Haube von diesem Plattenspieler. Und zwar nehmen wir hier unsere Gummi-Auflage wieder mal ab. Auch wieder original japanisch. Hier noch mit japanischen Schriftzeichen drauf. Auf dieser Gummi-Unterlage. Und dann nehmen wir mal den Platten-Teller ab. Zuerst sichern wir mal einen Tonarm, dass da ja nichts passiert. Ja, massives Teil, muss ich sagen. Und sieht aus wie ein Sägeblatt. Das Teil von einer Kreissäge. Das ist eben unsere Stroboskop-Anzeige, die hier vorne angeleuchtet wird. Über so ein rotes Licht, das hier unten drin ist. Und was macht ein rotes Licht? Ja, es leuchtet rot und zeigt uns an, ob der Plattenteller in der richtigen Geschwindigkeit läuft. Ja, darunter sehen wir jetzt nicht so viel. Außer jetzt eine Umschaltung zwischen 110, 220 oder 240 Volt. Und hier eben unser Motorchen. Unser direkt getriebener Motor. Beziehungsweise unser Dorn, der unseren Plattenteller quasi antreibt. Damit der direkt angetrieben wird von dem Motor, der hier noch in den Eingeweiden dieses Plattenspielers steckt. Aber dieses Thema werde ich in einem anderen Video nochmal anschneiden. Weil dann werden wir das Gerät gemeinsam wieder einmal zerlegen und einen Service machen an diesem Teil. Und jetzt würde ich sagen, hole ich mir mal eine Schallplatte und dann werden wir das mal testen, das Teil. So, und als erstes werde ich jetzt mal die Rhapsody in Blue von Leonard Bernstein auflegen. Die ich immer noch hier habe in meinem Bastelkeller, weil das eine sehr tolle Aufnahme ist. Und die ich gerne zum Testen von solchen Schallplatten hernehme. Weil die B-Seite leider total zerkratzt ist und die A-Seite funktioniert aber noch sehr gut. Und jetzt checken wir mal ab, ob der Plattenspieler überhaupt an der richtigen Stelle aufsetzt mit seiner Nadel. Und das machen wir jetzt. Wir gehen hier auf Start. Eingestellt haben wir die 33, hier die 30 cm Schallplatte. Und dann lassen wir den einfach mal hier rüber. Und er setzt perfekt auf, an der perfekten Stelle. Senkt sich schön ab. Und ich höre schon mal zumindest. Das funktioniert schon mal. Okay, die Nadel ist noch gut in Schuss. Schöne Stereo-Trennung. So, dann mal ab. Also, mit 33 funktioniert das wunderbar. Und jetzt machen wir unser Problemkind, nämlich die 45, die wir ja nicht mehr zurückschalten können, richtig auf die 33. Aber zum Single-Test und jetzt zum ersten Mal zum Checken, ob er auch wirklich gut läuft oder sich gut anhört, für das genügt es allemal. Ja, und zum Test einer Single-Schallplatte brauchen wir natürlich auch wieder einen Single-Puck. Den habe ich Gott sei Dank hier, da war nämlich keiner mehr dabei bei diesem Dreher. Ich habe auch noch einen alten hier, eben für solche, genau für solche Fälle, habe ich den immer parat. Und wir stellen hier oben auf die 45, dann natürlich hier auf die 17 cm Schallplatte und gehen wieder auf Start. Ich habe hier natürlich eine sehr berühmte Schallplatte, die ich nur kurz auflegen kann, nämlich Major Tom von Peter Schilling. Ja, funktioniert wunderbar. Mein Tausch ist geglückt, würde ich sagen. Ein sehr, sehr gut erhaltener Plattenspieler, bis auf den einen Schalter hier und die anderen mache ich natürlich auch noch sauber. Ja, ich würde sagen, der funktioniert wie eine Eins momentan. Und jetzt wird er natürlich noch aufgehübscht, der gute JVC. Ich habe mal gehört, der ist angeblich nicht von JVC selbst gebaut worden, sondern es soll ein Victor-Plattenspieler sein. Eigentlich eine englische Firma, allerdings steht hier jetzt drauf, made in Japan. Also ich denke mal, es ist doch ein JVC, aber wer da genauer Bescheid weiß, kann man es gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja, als nächstes werden wir dann an die Technik gehen von dem Gerät. In dem Video wollte ich den euch nur kurz mal vorstellen und demnächst gibt es dann mehr. Dann gibt es eben den Wechsel von dem Dämpferöl, von unserem Tonarmlift und natürlich die ganze Technik hier innen drin in diesem Dreher. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bis bald. Fiat euch, servus.